Hallo Leute, in diesem Video machen wir mal ein bisschen interessantere Sachen, nämlich wir wollen jetzt mal uns die Hardware vom ESP ein bisschen genauer anschauen und wir wollen gucken, wie wir dann in Python einfachste Bauelemente ansteuern können. In den nächsten beiden Videos werde ich mal zeigen, wie man das anhand einer LED machen kann. Eine LED ist einfach eine Leuchtdiode, also so ein kleines Lämpchen und gucken wir uns das mal an. Wir haben hier den ESP, ich benutze den WMOS D1 Mini, aber der NodeMCU oder irgendein anderes Board geht äquivalent. Und dann haben wir hier eine LED, das ist eine LED in Normalgröße in der Farbe Grün und den ESP haben wir hier auf so ein Breadboard gesteckt, wer das noch nicht kennt. Also das ist so ein kleines Steckbrett, um einfache Schaltungen zu testen und um da bequem Fehler zu suchen, ohne löten zu müssen. Diese Pins hier, also diese Löcher hier sind untereinander verbunden. Also da drunter sind so Kupferklemmen und dabei sind hier die Vertikalen in der Mitte hier verbunden. Also so, so, so und hier oben auch. Und hier sind diese hier verbunden und die. Das hier wird üblicherweise für Power und Ground genommen und hier werden irgendwelche Bauteile drauf gesteckt. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Das Ganze gibt es auch noch in anderen Formfaktoren. Diese kleinen Dinger finde ich ganz süß, um irgendwelche kleinen winzigen Schaltungen mal zu testen. Aber heute sind wir hier auf dem Großen drauf. Okay, also LED, ESP haben wir. So, wie geht denn das jetzt mit der LED? Um das zu mal zu gucken, wie so ein Bauteil allgemein funktioniert, ist es oftmals sinnvoll, sich hier mal das Datenblatt anzugucken. Dafür wechsle ich einmal auf den Bildschirm. Also ich habe einfach gegoogelt Green LED Datasheet und dann findet man über Google ganz schnell so ein Datenblatt. Und hier steht drin, was die LED braucht, damit sie richtig funktioniert und was man nicht machen sollte. Und hier stehen auch die Werte, die so eine LED braucht, damit sie funktioniert. Wie beispielsweise hier der Forward Current, also die Stromstärke, die ist hier mit 20 mA angegeben. Und so ein GPIO, also so ein PIN auf dem ESP, der liefert auch 20 mA ungefähr. Scrollt man hier noch weiter runter, stehen hier auch hier sowas wie Forward Voltage. Unter der Bedingung, dass die Stromstärke 20 mA ist, ist die Forward Voltage, also die Spannung, damit die LED funktioniert, minimal 1,8 Volt und maximal 2,2 Volt. Und das ist jetzt ein Problem, weil auf so einem GPIO vom ESP, da sind 3,3 Volt drauf. Aber wir brauchen hier 1,8 bis 2,2. Also müssen wir die Voltzahl reduzieren und das machen wir mit einem Widerstand. Und die Größe des Widerstandes, die müssen wir jetzt erstmal ausrechnen. Und dabei hilft uns das Ohmsche Gesetz. Wer das nun nicht kennt, hier ist die Wikipedia-Seite, kann man sich auf jeden Fall mal durchlesen. Ich bin selber kein Experte in Elektrotechnik, aber ich versuche es trotzdem mal grundlegend zu erklären. Also wenn, jetzt sagen wir mal, wenn man zwei Verbraucher, also hier zwei Verbraucher in Reihe schaltet, also so, dann fällt die Spannung an den einzelnen Verbrauchern proportional zu dessen Widerstand ab. Also wenn dieser Verbraucher hier jetzt 100 Ohm hat und der hier 100 Ohm, dann fällt hier doppelt so viel Spannung ab. Also wenn man jetzt hier beispielsweise misst, hier das Potentiometer anschließt, wie hier. Also hier fällt doppelt so viel Spannung ab wie hier. Und mit dieser einfachen Schaltung können wir diese LED an dem ESP benutzen. Man nennt das auch Spannungsteiler, also diesen Versuchsaufbau. Kann man für ganz verschiedene Sachen benutzen. Und genau, so machen wir das jetzt erstmal. Und also wir wissen ja im Prinzip die Daten, wir wissen, wie viel Volt die LED braucht. Jetzt müssen wir im Prinzip nur noch die Stärke des Widerstandes ausrechnen. Also wie viel Ohm der haben muss, damit uns die LED nicht durchbrennt, aber dass sie trotzdem leuchtet. Okay, also wir schreiben uns das jetzt erstmal auf. Also wir haben 3,3 Volt am GPIO hier, dann was vom ESP kommt, aber wir brauchen 1,8 bis 2,2. Sagen wir mal, gehen wir mal auf Nummer sicher, wir nehmen mal 2,1 Volt. Da sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, jetzt funktioniert das wie folgt. Und wir berechnen hier erstmal die Differenz, um die Voltzahl auszurechnen, die wir quasi kompensieren müssen. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgedrückt war, aber wir machen das auf jeden Fall erstmal. Also 3,3 minus 2,1 Volt sind 1,2 Volt. So, und dieses U setzen wir jetzt in das Ohmsche Gesetz ein. Und das ist diese richtig, richtig bekannte Formel. U gleich R mal I. So, hier haben wir U schon. U ist diese 1,2 Volt. R wollen wir haben, also wir wollen die Stärke des Widerstandes berechnen. Und I haben wir auch schon. I ist diese 20 mA. So, also wir müssen jetzt erstmal die Gleichung hier nach R umstellen. Und das machen wir gerade. Das ist R gleich U durch I. Also, wir teilen beide Seiten durch I und dann kommt das raus. Okay. Also, R gleich U durch I. Jetzt können wir das hier einsetzen. Das sind 1,2 Volt durch 20 mA sind 0,02 Ampere. Und das ist gleich Python Shell ist natürlich immer offen durch 0,02 60. Also, wir brauchen einen 60 Ohm Widerstand. Und wie der Zufall es will, habe ich genau diesen 60 Ohm Widerstand hier gerade liegen. Und jetzt können wir unsere kleine Schaltung im Prinzip zusammenbauen. So, bei der LED, das habe ich noch vergessen zu sagen, da ist es wichtig, da gibt es ein längeres Beinchen und ein kürzeres. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht, die Beinchen schon so geknickt. Ich vermute mal, dass das hier das längere ist. Und das hier muss auf jeden Fall an Plus und das kürzere muss an Ground. Das längere verbinden wir jetzt mit irgendeinem GPIO, weil da kommt dann das Plus-Signal. Und ich verbinde das jetzt an. Und das hat sich gereimt. So, hier haben wir drin. Und weil diese Vertikalen hier verbunden ist, können wir jetzt den Widerstand... Andere Seite vom Widerstand kommt dann nach Ground. Und da sieht man schon, LED fängt an zu leuchten. Sieht man das überhaupt im Video? Und das liegt daran, dass scheinbar GPIOs standardmäßig, also ich habe jetzt noch nichts programmiert oder so, standardmäßig auf High sind. Und komischerweise, finde ich auch ein bisschen merkwürdig, aber hier sieht man es ja, dass es offenbar so sein muss. Also, Scheitung funktioniert schon mal. Und ja, die LED ist am leuchten. Damit beende ich dieses Video. Im nächsten Video schauen wir uns mal an, wie wir die LED dann in Python programmieren. Aber das wäre es jetzt erstmal für dieses hier. Wenn es dir gefallen hat, dann gib doch bitte ein Like oder schreib einen Kommentar und abonniere diesen Kanal für weitere Videos. Bis bald und mach's gut!